Die Rheingauer Weine und Sekte bestimmtes Anbaugebiet der Rebsorten Riesling und Spätburgunder, die mit einer Preismünze in Gold ausgezeichnet worden sind, können sich zusätzlich den Wettbewerb um die Auszeichnung Landessieger stellen. Hier werden die Weine oder Sekte in sechs Kategorien von einer unabhängigen Prüfkommission verkostet und so wird der Beste der Beste, also der Landessieger, ermittelt. Kommen wir nun zu meiner absoluten Lieblingskategorie, Rheingau-Riesling-Sekt. Hier ist das Geschmacksprofil natürlich ähnlich zum Rieslingwein. Wir haben eine sehr prägnante und lebendige Säure im Riesling, fruchtige Aromen von Pfirsich, Apfel, Zitrone und Limone und zusätzlich auch noch Hefenoten, die von der Hefelagerung stammen. Sekt hat in Deutschland eine lange Tradition. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts wurden hierzulande die ersten Sektkellereien gegründet. Diese Sekttradition wird heute noch von vielen Winzern gepflegt. Für die Herstellung seines eigenen Winzersektes muss der Erzeuger sich aber an hohe Qualitätsstandards halten. Beispielsweise darf er für den Sektgrundwein nur Trauben aus seinen eigenen Weinbergen benutzen, was den Sekten die persönliche Handschrift des Winzers verleiht. Der Rheingau ist bekannt für charaktervolle und authentische Sekte, bei denen die Traubenfrucht im Vordergrund steht. Im Rheingau findet man große Namen der Sektproduzenten, ebenso wie kleine Manufrakturen mit außergewöhnlichen Produkten. Der Rheingau ist besonders für den Rheingau bekannt. Etwa 80% der Rebfläche sind bei uns mit dem König der Rebsorten bestockt. Der Rheingau ist eine einfallsreiche Rebsorte, der immer wieder mit seiner einzigartigen Kombination aus Säure und Extrakt mit neuen Varianten und Finessen überrascht. Ein großer Sekt passt zu jedem Anlass. Nicht nur beim Empfang, auch bei einem Zwischengang kann er die Geschmacksknospen wiederbeleben. Zu Salaten und pikanten Snacks ist der Sekt einfach der ideale Begleiter. Sie suchen dafür eine Empfehlung? Kein Problem. Wie wäre es mit unserem Landessieger aus der Kategorie Sekt, ein Rheingau Riesling Extra Bröt vom Wein- und Sektgut FB Schönleber. Weitere prämierte Sekte der Kategorie Sektbestimmtes Anbaugebiet finden Sie im Weinfinder unter www.diebestenweinehessens.de Wir haben uns in der Kategorie Sekt, eine Rheingau Rieslinge in der Kategorie Sekt.